Musik Eine großartige Leistung vollbrachte die 16-jährige Laura Unterhofer vom ASV Zadra Fighting Rotoblast Team, hier im Bild, bei den Junioren Italienmeisterschaften der Rotgurte im Olympischen Taekwondo der Fita Corny in Verona. In einem spannenden Halbfinalkampf in der Gewichtsklasse bis 55 Kilo besiegte Laura die sehr starke Athletin der Polizeisportgruppe Biela Carlotta aus Rom mit unglaublichen 28 zu 17 Punkten, lieferte Laura im Finale dann eine grandiose Vorstellung gegen Silvia Lombardi aus der Emilia-Romagna und gewann souverän die Goldmedaille. Musik 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.